So, aber keine Lava. Oh, wie bekomme ich denn das raus, wo Lava ist? Oh, ich hab da hin, ich geh jetzt einfach zurück, weil da hab ich Lava gehört. Was hab ich denn jetzt bekommen für ein Buch? Ich hab's auf Englisch. Hier ist Lava, da war Lava, da war Lava, da war Lava. So. Deutsch. So, hier und hier erstmal jetzt absichern. Warte, hier waren wir doch schon. Ja klar, die Stelle erkenne ich doch gleich wieder. Heia! Oh, musste immer so ein scheiß Skelett kommen. Hier war ja dann auch noch Lava. Ja, ja genau. Aber wir wollen, wir wollen da nach hinten, hier hin. Aua. Ganz genau. So. Hier waren noch die Meteoriten, falls wir die für irgendwas brauchen. da wäre direkt obsidiert. Pfff. Alter, der ist verrückt. So, ich nehme hier einfach mal... Scheiße! Hab ich da welche weg? Zwei, vier, sechs, acht... Nein, einer ist mir verbrannt. Pfff. 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 Egal, ich muss ja noch welche mitnehmen für den Verzauberungstisch. Pfff. 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 Vier? Ja, vier. Das geht auf jeden Fall einiges schneller. So und so. Wie viel habe ich denn? Vier. Dann brauchen wir einen noch. So. Und einen nehme ich zur Sicherheit mit. Alter. Was? Ah, pff. Boah. So ein. Alter. Das hat mich jetzt aber wirklich erschreckt. Und wetten, die, und wetten, wenn ihr das gespielt hättet, ihr hättet euch auch erschreckt. So. Na, das ist ein Creeper, den sehe ich ja jetzt schon. Ich glaube, wenn wir hier sind, finde ich auch wieder zurück. Glaube ich zumindest. Ja. Ja. Oder vielleicht doch. Ja, das sieht gut aus. Komm schon. Was sind noch Meteoriten. Da auch noch. Da probieren wir gleich mal, ob wir daraus auch eine Rüstung machen können. Was? Ja. 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 Ich weiß, hier geht es immer noch nicht raus. Ach doch. Irgendwie blicke ich hier so gerade ein bisschen nicht durch. Aber bloß ein bisschen. Hä? Äh. Was sind wir denn hier? Ah, jetzt sind wir draußen. Gut. Jetzt zum Riesending einfach ausweichen. Und dann... Oh, da sind Diamanten. Bauen wir einfach mal... Bauen wir einfach mal... Bauen wir uns einfach mal hier hoch, wenn das geht. Ne, geht nicht. So. So. Und ich glaube, so viele Diamanten hatten wir daheim gar nicht mehr. Und es ist dunkel... geworden. Und ich weiß nicht, wie hier... Ach doch. So. So. Weil ich bin jetzt leider runtergefallen. Ach so, ein Pech. Au! Nicht mehr geschafft. Ach ja. Durch einfach. Jetzt bin ich gespannt, ob mir diesen... Und ich muss mir glaube ich erstmal einen Standort suchen für mein Portal. So. Ah, das ist scheiße mit dem Zwe... Da schießt sogar drei Pfeile. Weil im Haus möchte ich denn das Portal eher nicht. So. Dann würde ich einfach mal sagen, ich habe ja ein Bett, jetzt passt mal ab. Ich habe ja ein Bettchen. Lass ich mir hier ausräumen. So. Verzauberte Bücher. Das kommt da. Das kommt da. Das kommt da. Das kommt da. So. Und das kommt da noch rein. Und das müsste ja eigentlich reichen. An Feuerzeug. Habe ich doch auch... Upsa. Habe ich doch auch irgendwo gesehen. Ja. So. Weil dann gehe ich hier einfach mal schlafen schnell. Äh. So. Ah, jetzt. Und nimm mir noch ein paar Süßigkeiten. Hm. Denn. Ich würde sagen... Soll ich... Ah, jetzt habe ich keine Angst. Hm. Hm. Hm.